Danke. Das willst du aufhaben? Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Ist es normal, dass das schon auf ist? Oder hast du das schon mal geöffnet? Ich habe es nicht geöffnet. An die Zunge klebt das nicht so. Da klebt das gut. Irgendwann stirbt sie einfach gar nicht mehr. Ich glaube sie fühlt sich langsam veräppelt. Ja? Ja? Ja. Wie denkt ihr das mal ist was Neues? Ja? Ja? Ja?